Willkommen zurück, liebe Leute, bei Mystic Quest, Seikenden Setsu 1 und, ja. Ich habe gefailt in der letzten Folge und deswegen gehe ich ein bisschen auf Abstand. Wow. Die machen gut Schaden. Du kannst nicht mehr tra... Wieso, was habe ich denn jetzt schon wieder? Ach nein, ich habe ja noch das Ganze hier drin. Dinge. Diamant. Zack, voll. Okay, gut, ihr habt gewonnen. Wow. Okay, hier sind keine Geheimgänge. Oh nein, die auch noch. Okay, gut, dann mal einen Geheimgang. So. Dinge, 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 Dinge. Hm. Um Waffe. Ah, ne, das habe ich ja. Waffe habe ich ja. Magie wollte ich. Äh, Flamme. Ach, nö. Diese Mumien gehen mir ganz schön auf den Zeiger. Nein. Das ist natürlich praktisch. Hier muss es irgendwas geben. Ich muss nur herausfinden, was. Okay, das war es nicht. Dann nehmen wir die Waffe als Axt. Okay. Hm. Einfach eine Sackgasse hier so mitten ins Spiel? Finde ich nicht schön. Nö, finde ich nicht schön. Dann nehmen wir wieder die Kette. Und nehmen als Magie wieder... ...unsere Flamme. Und ja, wir müssen dann auch irgendwann Magie auffüllen. Sofern nicht unsere Erfahrungspunkte irgendwann sich mal wieder auf... Ähm... Okay, Gott, äh... Vier... Und... Nur neu? Äh, nur acht? Ach, du Scheiße. Wow. Magie-Trank gefunden. Okay. Heftig, muss ich sagen. Heftig. Lass mich durch da. Ich will weg. Na, komm. Oh, weia. Ich hab Angst vor dem. Okay. Hier ist überall nix. Kugelschlafs gefunden. Wow. So, Dinge, 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 Dinge. Dinge, 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 Dinge. Ach, nein. Wieder wähle ich das Falsche aus. Oh, das war... ...sau dumm. Und was haben wir jetzt hier? Moment. Hä? Okay. Kann ich den Schnee mal mitnehmen? Nein, natürlich kann ich den Schnee mal nicht mitnehmen. Hm. So. Können wir hier mit der Waffe... Oh, das war... Geh doch da rüber, Mädel. Oh, was kann ich denn da jetzt machen? Kann nix hinstellen? Gar nix. Warte mal, was kann sie eigentlich? Du bist nicht mehr versteinert. Sorry, sie kann einen die Versteinerung wegnehmen. Ole, ole. Mnam, mnam, mnam. Nee, ich hab doch die Peitsche ausgewählt gehabt. Mann. Boah. Okay. Verschlossen. Ach, nö. Okay, drüben ist halb so schlimm. Ich hab da vier gefunden. Nee, jetzt möchte ich natürlich auch wissen, was hier drinnen ist. Das heißt, als allererstes nehmen wir erstmal... Nehmen Magietrank. Nehmen dann einen Lebenstrank. Satz zwei. Und nehmen dann einen Schlüssel. Ah, gut, das... Eine unendliche Lebensenergiequelle. Dinge... Nee, Dinge brauchten wir jetzt nicht. Jetzt brauchten wir wieder Magie, nämlich... Flamme. Gut, ich hätte jetzt eigentlich das erste gar nicht aufbrauchen müssen, aber egal. Fakt ist, wir brauchen irgendwie so einen Eiszauber oder sowas, um da weiterzukommen. Bonbon. Na, den brauche ich ja unbedingt... Boah. Ne, komm, den weiche ich jetzt mal aus. Ja, nächstes Level. So. Ich will weiter meine... 18... 19. Na, toll. Was waren wilde da nochmal? Ach ja, genau. Nein. Ah, Dinge. Oh, shit. Goldene Rüstung gefunden. Ich glaube, die habe ich da sogar schon angelegt, ne? Wow. Danke für die goldene... Ne, da... Ernsthaft. Boah. Knapp, knapp am knappesten. Du verkrümelst dich und du auch und... Warum muss das alles immer verschlossen sein? Wie soll ich das denn jetzt machen? Ich habe doch gar keinen Atem nach Ruhe. Ne, damit geht's auch nicht. Hm. Ah. So schaffe ich es. Du findest den Eis-Zauber. Zauber erlernt. Ja. Genau, den wollte ich haben. Okay. Dann Magie wieder auf Flamme wechseln. Jetzt sind natürlich die Gegner wieder da, aber egal. Kann ich jetzt erstmal glorreich verzichten? Ich weiß ja, wo es hier... Ersatz gibt. Äh, hier war es nicht. Huih. Ist echt immer knapp hier. Ich brauche jetzt dafür nicht nochmal einen Schlüssel. Ach, ne, ne? Okay, ich hole mir gerne nochmal einen Schlüssel dafür als Ersatz. Hauptsache... Gut, Guess. Sag ich jetzt mal, ne? Ähm. Magie. Lamme. Wir verkrümeln uns hier. Das ist mir nämlich alles zu gefährlich. Na komm, den lassen wir mal. Ernsthaft? Das ist wieder zu. Kugel des Schlafs gefunden. Hm. Super. Dinge. Dinge, die wir nicht begreifen. Dann schieben wir den da rüber. Und jetzt wird's interessant. Denn wir brauchen Magie. Und da, da ist Magie. Okay. Und jetzt bleibst du auch. Dass wir hier durch können. Jawohl. What? Ernsthaft? Hm. Waffe. Na, Lebensenergie nehme ich ja gleich. Okay, jetzt kann ich die Lebensenergie nehmen. Wunderbar. Puh. Oh na. Ah doch, habe ich noch einen ausgewählt. Ach. Ich kann ja auch mein Schwert an besiegen. Flamme gefunden. Na, dann setzen wir doch mal die Flamme ein. Tschüss, Mann. So. Flamme. Okay, ich bin weg. Alter, nehmen die mir viel Energie weg. So. Wie das Ganze weitergeht. Jetzt muss ich erstmal meine Energie auftanken. Das und vieles mehr erfahrt ihr in einer der nächsten Folgen von Mystic Quest. Seik in den See zu eins. Ich bedanke mich ganz herzlich und sage, ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.